David Bowie David Bowie hat eine Zeit lang in Berlin gelebt, ich glaube ungefähr anderthalb Jahre. In der Zeit sind drei Alpen entstanden, unter anderem Heroes. Und er hat hier in der Hauptstraße 155 gewohnt, zusammen teilweise mit Indy Pop. In welcher Wohnung ganz genau ist glaube ich umstritten, aber im ersten Schritt in der 155 war es. Kann man von David Bowie etwas lernen? Kann er das eigene Leben zufriedener machen? Kann er dazu beitragen, die Welt irgendwie zu einem etwas besseren Ort zu machen? Das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Begriffe wie Fantasie, wie darüber hinausdenken und wie Wandlungsfähigkeit, Veränderungsmöglichkeit, ohne es nicht einmal zu verraten, kommen mir in den Sinn. David Bowie hat mich durch meine Jugend und mein junges Erwachsensein begleitet, Singistanas, Major Tom, auf wie ich heiße mit Nachnamen Tom, Space Onity, Ashes to Ashes und Singistanas und die Spiders vom Mars. Schon vor einigen Jahren habe ich einen Text beschrieben, der auch von mir ist, aber es ist eine Textvollage. Darin kommt etwas von mir vor, von Voss, von Meier, von Eichenhoff und von David Bowie. Ich versuche das mal hier trotz des Straßenlärms an der Hauptstraße 155 in Berlin mal vorzulesen. Und es heißt, der Herbst der Fluss. Nun ist es Herbst an diesem Ort. Der Fluss des Lebens, ja, er rauscht. Vor uns, vorbei, rast von uns fort. Ist er es noch wert, dass man ihm lauscht? Nun, lass den Sommer gehen, lass Sturm und Winde wehen. Genug ist nicht genug. Gefriesen werde der Herbst. Das Herz, auch es bedarf des Überflusses. Genug kann nie und nimmer mehr genügen. Natur, wie schön, in jenem Kleine. Auch noch im Sterbekleid, wie schön. Sie mischt in Wehmut sanfte Freunde und lächelt. Tränen noch im Gehen. Und das Wirren, bunt und bunter, wird ein magisch wilder Fluss. In die schöne Mölk hinunter, nockt sich dieses Stromesgruß. Und ich mag mich nicht bewahren. Weit von euch, greift mich der Wind. Auf dem Strome will ich fahren. Von dem Glanzer, seelig, klingt. Tausend Stimmen lockend schlagen. Hochaurora, flammend, weht. Fahre zu ich. Ich mag nicht fragen, wo die Fahrt zu Ende geht. Und wir? Könnten wir schwimmen, wie Delfine. Wir? Könnten wir es tun. Wir? Wir? Wir wären Helden. Für einen Tag. Wir? Wir?